Die anderen beiden Deppen fehlen. Was chillt denn der da auf dem Tisch? Ist das so eine komische Geisha, von der man dann irgendwann nackt essen kann? Kennst du das? Äh, ja. Gibt's extra so Läden, voll krass eigentlich. Äh, was macht der da? Äh, Table Dance. Sehr schön. Nein, der hat mich entdeckt. Oh. So, wo ist denn hier? Ja, Kamera ist... Oh, wer glaubt mir die Kamera hier? Dacht schon, hier geht's geballerlos. Dachtest du, hä? Dacht ich auch. Hast du falsch gedacht? So, was haben wir denn eigentlich so gegen uns? Wir haben einen Frost, wir haben einen Blitz, wir haben einen Rock. Wir haben von allem etwas. Hm? Sieht gut aus. Na gut, ich geh mal auf die andere Seite. Mach das. Boah, da hat er ja geschossen. Ich geh auf die andere Seite. Na 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 na. Okay, also hier vorne ist offen. Mhm, hab ich mir fast gedacht. Drohne ist aktiviert. Ist hier einer? Ist hier einer? Ist hier einer? Da ist ne Drohne. Oh, da hab ich was so schön sehen. Traudisch, komm schon! Hm. Das will keiner. Find ich aber schade. Wer macht denn hier so nen Lärm? Hä? Der hätt ich reagieren können. Da ganz hinten durch ist einer. I see. Hast du das gesehen? Ich geh mal vor. Oh, was für'n Schuss. Da hab ich doch ein bisschen Angst gehabt. Boah. Lebst du noch? Boah. Von hinten erschossen. Von hinten erschossen. Ja. Ja. Ah. Nein! Wieso konnte ich nicht? Oh, ne! Ich hab den letzten Moment noch gesehen. Ich hab geschossen, dann kam nichts mehr raus. Dachte ich, hä? Wieso geht denn jetzt meine Knarre nicht mehr? Die haben letztes Jahr gepatcht, dass du als Blackbeard nicht automatisch nachlädst. Echt? Und das hab ich in der Situation völlig verpeilt. Ich wollte raus schießen. War nichts. Warum lädt der nicht mehr automatisch nach? Ja, aber das macht schon Sinn. Wenn du am Fenster geierst und dann grad reinguckst und dann schießt, dann möchtest du nicht plötzlich einfach, dass er nachlädt, dass die Deckung weg ist. Ja. Hab ich nicht dran gedacht. Scheiße. Ich möchte mal sagen, dass es lief... Was war alles noch von Rater? Nein, nein. Das ist nur bei Blackbeard. Okay. Das war schlecht. Aber wir können ja die Ausrede nutzen, ist ja eine neue Session. Ja, ist ja ganz klar. Nur zu zweit. So sieht's aus. Nur zu zweit. 50% Skill? Ich hab's Kim gestern schon gesagt, ne? Wenn er nicht dabei ist. Normalerweise ist es so 33%, wenn wir zu dritt sind. Jetzt ist es 50%, weil er weg ist. Wenn du weg wärst, wären wir bei 100. Ja, danke. Herzlichen Dank. Gernstens. Gernstens. Äh... Gernstens. Wollen wir Jäger nehmen? Will ich Jäger oder will ich Frost? Äh... Oder vielleicht auch noch den Rook? Ich kann mich nicht entscheiden! Ähm... Nehmen wir den Rook. Na toll. Wir haben's schon verloren wegen dir. Ja, genau. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahr beobachten. Äh... Ah, nein. Halte. Warte. Beweg dich. Mach's wieder. Hier. Das ist der Plan. So. Spend sie nicht rein. Hoffe ich zumindest. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter. So. Hat sich ja richtig viel lohnt, ne? Und... Ja. Total. Eine Drohne da. Hab eine. So, dann geht man... Du brauchst... Du musst 20 haben. Oben macht er zu. Machst du zu? Drohne. 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 Äh. Hi. Huh. Wurde entdeckt. Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Oh, das war knapp. Gerät scharf gemacht. then im Auge behalten. recenter Was haben wir denn hier schon? Ich könnte hier... Oh. Du hast geniegend gespürzt. Das ist aber unglaublich gefunden. Was fahren können wir zusammen? Na, jetzt. Okay, und zu geht's. Ich kann leider... Gucken wir mal, was da so los ist. Sieht man was auf den Kameras? Ich guck grad so durch. Zwei Kameras sind down, Garten und Vorgarten. Okay, sie kommen wieder vorne durch die Garage hoch. Durch die Garage? Ne, doch nicht. Sah so aus im ersten Moment, aber. Komm, bei mir. Bei dir? Ja. Komm mal zu dir. Siehst du was? Die schießen, haben die Kameras alles zerschlossen. Ich hätte den Herzschlagsensor ein. Sobald die vor der Tür sind, halte ich voll drauf. Ich auch. Eine Drohne hat mich gesehen. Kommt von der Seite hier. Termite, ist direkt bei mir, ich bin down. Ja, ich hab's gesehen. Wieso hast du nicht geschossen? Ich hab geschossen, ich hab ihn gehittet, Mann. Glückwunsch. Ich bin tot. Ja, da kann ich ja nix für. Doch, du hättest ihn erschießen können. Du auch. Ich hab's versucht. Ich auch. Tja, war so semi-erfolgreich bei dir, oder? Bei dir auch. Ich war immerhin voll dabei. Ich auch. Wir drehen uns, wir drehen uns umkreis. Ein bisschen. Das war nicht der, der nicht vorbereitet hat. Äh, da kommen Schüsse? Ja, von hinter dir. Ja, ich hab's kurz gesehen. Rechts, neben dir ist er gestorben. Siehst du das Totenkreuz da nicht, wo du hinkuckst? Ja, doch. Aber da an der Tür ist auch noch einer. Hier links. Ist egal, da gucken Leute, da gucken Leute. Das ist doch kein Problem. Ich bin auch noch da. So, wer war das jetzt? Stift hier noch? Ich bin immer eingesetzt. Er lebt noch. Beim Otello ist es direkt einer. Ja, genau. Er hat ihn gedauert, er hat ihn gedauert. Er tötet ihn einfach nicht. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Du hast du gut gemacht. Wir wissen, wo der Gegner ist. Ich glaube, er hätte in den nächsten. Ich ahne Schlimmes. Gerade in dem Moment hab ich da rüber geguckt, ne? Ich ahne Schlimmes. Du ahnst Schlimmes? Ja. Oh, hu hu! Er hat ihn. Damit hab ich nicht... Das war nicht das, womit ich gerechnet hab. Ich hab ein Assis bekommen. Ja, Glückwunsch hab ich auch. Ich hab sogar zwei. Ne. Scheiße, ne? Ja. Ne? Ja. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Wieder mal eine unglaublich drinfreie Diskussion hier. Nö, die Diskussionen bei uns sind immer sehr... sind befreit. Sind immer sehr befruchtend. Äh, ja. Sagen wir befruchtend. Thermite ist dabei... Welche Montage... Montage ist dann, glaube ich, immer ein bisschen gay. Das ist ein bisschen gay. Ne, wenn du... Da brauchst du schon ein größeres Team, damit du gescheit... ...gleichen kannst, geh in Gesundheit. Oh, du bist der Thermite. Das kann was geben. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Ja, hopp. Such. Such. Alter, sucht schon wirklich richtig. Ich hab' sie. Ne, schön. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Bandit ist dabei. Doc ist dabei. Okay, wargür. Ist das ein Mute oder das ist ein Mute? Das ist ein Mute. Das ist ein Mute. Das ist ein Mute. Also, wir versuchen hier aufzumachen, würde ich sagen. Irgendwo, wo hier alle, wo wir jetzt gerade alle stehen hier. Gut. Also von hinten im Prinzip. Von der Bar. Das ist der Plan. Ups. Da nebengesprungen. Ach, Mist. Das ist Bio-Gefahrgut-Behälters. Kamera. Ist down. Okay. Passt auf die... Genau. Das machst du super. Ja, toll. Ist ja schon offen. Eben. Hier bräuchten wir den Thatcher. Macht er was? Ist doch schon was. Da drüben ist einer. Dann geh ich da lieber mal noch nicht dran. Ja, warte. Warte. Bleib in Deckung. Ich geh hin. Pass auf, der könnte natürlich von oben kommen, ne? Jetzt hocken wir alle hier. Jetzt hocken jetzt... Ja, ich auch. Ja. Ich kann auch von woanders dran. Also mir ist egal. Ist ein bisschen schwierig. Ist der Thatcher... Ne, ist das Letcher. Der Thatcher soll hier aufmachen am besten. Aber der hört uns wieder nicht, ne? E-Touch? Ja. Komm mal lieber zurück. Ja. ...Springladung bereit. Du jackst aber nicht... Keine Terminal-Springladung jetzt dagegen, oder? Nein. Ich hab hier eine normale Springladung. Okay. Da ist er... Ja, genau! Wir hatten den... Ja, da guckst du einmal nicht hin, ne? Einmal guckst du nicht hin, da bist du sofort weg. Ja, wie ich eben. Das ist doch scheiße, Mann! So, jetzt ist er weg. Ist weg? Ja, jetzt ist er weg. Ist dauernd. Versuch die Wand aufzusprengen. Pass auf, du hast geschossen. Mach rauf, mach rauf, mach rauf, mach rauf! Sonst geht da nichts mehr. Du stehst da echt ein bisschen ungünstig. Ich weiß, aber ich kann da jetzt gerade nicht weg. Da. Komischerweise hat mir den Hitmarker von hinten gezeigt. Vom Fenster. Das kann nicht sein. Der kam von rechts. Na? Ah ja, von da. Aber Hitmarker hat mir von hinten gezeigt. Merkwürdig. Oh Mann, das war ja mal wieder ein richtig geiler Zugriff hier. Ja. Ich wünsche ihm eine gute Nacht. Hm. Oh, der hat aber auch einen geilen. Da müssen wir gleich irgendwas von oben kommen. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Der kriegt's. Ja, vielleicht. Irgendwann. Ja. Jetzt. Der hat er das hier gekriegt. Aber der leckt auch brutal, ne? Ja, aber wirklich. Da gut, der ist der einzige mit einem 124er Ping. Das ist ja richtig übel. Immer noch besser als der 2000er von Bönli. Ja gut, aber der fliegt dann aus dem Spiel raus. Na ja, klar. Boah, ist das übel. Was wird er wohl machen? Ich schmeiß das Ding voll in Möhre in die Wand. Schön laggy. Ja. Ich kann ihm nicht mal was markieren. Wow. Schön. Einer ist raus. Allerdings war der schon down. Hm. Ja, Kollege. 18 Sekunden noch. Na, guck mal. Da hinten ist die Tür offen. Haben sie wieder zugemacht. Jetzt geh rein. Wie hat er das geschafft? Hä? Durch die... Ah, lol. Der war die ganze Zeit in dem Eck da hinten. Hm. Gar nicht so unraffiniert. Das war gut. Der nicht wird bekommen, wie er reingesprungen ist. Oh nein. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Das darfst keinem erzählen. Normalerweise nicht, nee. Will ich den Rook oder will ich den Jäger? Hm. Du hast den Mute genommen. Ja. Mutter. Mutter, sohn. Ich bin immer wieder der Deutschen. Der Deutsche. Aus der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, super. Hihihi. Ich guck hier übrigens die ganze Zeit auf mein Handy. Ich weiß auch nicht warum. Was machst du denn für gescheuerte Sachen? Frag mich doch mal nicht. Weiß ich doch nicht. Alright. Wurde entdeckt, was ist denn scheiße. Machst du oben zu? Ach, Mist. Ja, ja. Kannst du mir pingeln? Die Wand wurde befestigt. Neue Kamerabefragen. Hä? Oh, Mann. Ping, ping immer. Du bist gewinkt. Das ist nur die eine Luke. Mhm. 10 Sekunden. Kameraden aktiviert. Ich verspringen der Idioter die ganze Zeit rum. Nur noch 11 Sekunden. Das geht noch wie Wahnsinn, ey. Du bist auf Mute, ne? Ja. Sollte es sich bei allen hier runterkommen. Ja, ich weiß. Oh fuck, warum wurde ich angehltet? Oh, der scheiß Karsel hat mich angehltet. Was, gell? Ich setze Stacheldraht ein. Bei uns hier rechts wird was gemacht. Störende Eingesicht. Meine Munition ist weg. Alter, wieso machst denn du meine Teamgeräte kaputt, Mann? Wer? Du hast deine Mute-Dinger hingelegt, während alles unter Strom ist. Deine Dinger sind kaputt. Kaputt gegangen. Oh mein Gott. Du machst ja beschränkte Sachen. Ich wusste gar nicht, dass das dann Ops geht. Ja. Was denkst denn du, wenn das Ding unter Strom geladen wird? It's not that smart, hä? Nicht ganz. Aber du könntest hier in der Ecke noch eins hinlegen, wo ich gerade hock. Wow, 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 wow. Waren sie aufgemacht, waren sie aufgemacht, waren sie aufgemacht? Hier, direkt vorne. Oh, schön. Ja, schön. Wir hocken ja echt auf dem Präsentierter, das ist unfassbar. Auf alle Fälle. Ist die Kamera draußen noch an? Keine Ahnung. Eiter schreit sich nach vorne, kriegt gleich einen Headshot, keine Rolle. Okay. Also wir sind hier. Eins, zwei, drei. Wir sind drei Leute hier in den Eck. Schaut er aus. Hier ist... Oh, boah, der ist so unaufgewandt. Nice Idee eigentlich. Hey, ich verpiss mich auch mal. Gehst du runter? Du bist alleine da oben drin jetzt. Jetzt gerade schön Bingen gemacht. Mhm. Ich kann relativ schnell zu dir kommen. Irgendwas ist hier direkt über mir. Du sagst ja, wenn irgendwas lustig wird. Naja, klar. Hier ist alles wie immer. Verrückt, oder? Ruhig. Schöne Mucke. Irgendwas ist, glaube ich, hinter dir. Irgendwas ist... Oh, nee, von unten. Von unten? Ach, ja, natürlich. Guck gar nicht nach unten. Ja, nein. Von unter dem Mattelbrader. Lol. Das gibt's nicht, ey. Da werde ich so weggenutzt. Nicht einen Kill heute. Sind die unten, oder was? Also einer? Einer ist zumindest unten, ja. Einer scheint über dir, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh ja, okay. Irgendwo da. Ich suche gerade, ob ich was finden kann. Hier kommt einer. Ich habe ihn markiert. Oh. Direkt hinter dir. Battle, bra. Da. Letzter verbleibender Gegner. Okay, der ist hier. Ich ping ihn. Dieser bitte Lager. Kann, kann. Ich kann ihn nicht mehr. Nee, geht nicht mehr. Das war's. Nice. Nix passiert bei mir in der Runde. No. Safety first. Safety first. So, Leute. Jetzt wollen wir höchst die Disziplin. Höchst die. Da war er. Oh, Mann, ey. Die ganze Zeit. Oh, zum Glück haben wir mal angreifen. Das ist mal was richtig Neues. Mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. Ich nehme mal meine gewohnte Klasse, den Termite. Mit dem komme ich ja meistens eigentlich relativ gut klar. Mal kurz an den Nasen kratzen. Mach das. Boah. Ja. Oh, yeah. Thatcher Twitch. Thatcher Twitch. Entschalte dich mal. So, letzte Verlängerung. Ich würde sagen, wir rocken das. Es wäre das erste Mal, dass ein Angreifer gewinnt in der Runde. Und ich habe das Gefühl, wir können das machen. Was knarzt da so? Mein Stuhl. Achso. Altes Modell, ja? So ist es. Leicht durchgesessen. Bei einem etwas zu hohen Körperschiff. Ah. Okay. Die Walküre ist wieder unterwegs. Nee, nicht oben. Nee, ist EG wieder in der Küche da unten. Ja, ja. Was haben sie denn? Mute, Jäger, Blitz. Jäger ist egal. Und Walküre. Aber die Walküre lurkt. Die ist vorhin nach oben gegangen. Weil ich das richtig gesehen habe. Nee, die ist hier. Die ist hier. Wo ist sie? Die ist hier. Hier. Ich pingel gerade. Sind alle vier dort. Also Walküre ist da, sagen wir mal so. Kameradon. Sledge mit einer Schrottflinte. Was ein Müll. Warum habe ich die Schrottflinte genommen? Das weiß ich doch nicht, warum du das machst. Mal hier kurz durchgucken. Haben wir eine Granate reinschmeißen? Na, warte mal. Ach scheiße, die Jäger-System. Dass wir früher drauf kommen können. Hier ist einer, hier irgendwo, hier in dem Raum. Was macht ihr da? Ja, bleibt natürlich hängen. Ach, was ein Müll, ey. Hast du die Granate da unten durchwerfen wollen, oder was? Ja, natürlich. Ja, das hätte ich gleich sagen können, dass das nichts bringt. Warum? Weil der Typ viel weiter hinten ist und jetzt tot. Warte mal. Deck mich mal. Ich fahr mit der Drohne schnell rein. Guck mal, ob wir uns da irgendwas erwarten, weil dann kann ich hier... Ah, scheiße, ich krieg nicht auf. Du bist nicht Sledge, ne? Ich bin aber Sledge. Hier ist einer. Wo? Warte. Ach da, okay. Ist er immer noch da? Der ist woanders hergegangen. Der Raum hier vorne ist jetzt safe. Dann gehe ich rein. Ich schlag auf. Ja, warte. Also, mach ruhig. Schau offen. Okay, du kannst aktuell reingehen. Zwei Leute sind im... ...anderen Raum. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, die Wand kann sich durchballern, ne? Ne, durch die Wand nicht. Kann nur hier durch die Barrikade. Okay, ich gehe rein. Und Twitch wäre jetzt geil. Bisschen. Bisschen zum Aufscheuchen, ne? Keine Munition mehr! Feinde in Sichtweite! Eck Zimmer! Deck mich mal. Ich guck mal nochmal rein. Ohne bereit! Ich hab hier gerade einer in der Schusslinie liegt. Gehen sie beide da ganz hinten durch? Los! Ich mach Action. Nice! Huh! Sag ich doch. Angreiferrunde. So wird das gemacht. Warum hab ich sie nicht gekillt? Es gilt. Ich hatte den doch. Oh mein Gott. Sieg, liebe Freunde! Sehr geil! Gut, gut zurückgekämpft. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich stöpse mir hier nochmal kurz den Stöpsel ins Ohr. Ich bedanke mich, wie gesagt, meinen Zuschauern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ach, wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben für mich da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns nächstes Mal hoffentlich. Bis dahin. Macht's gut. Und may the fun be with you. Bis dahin. Alles gut. alerINDE. Bis dahin.